Schwarzbill AAH AAH Du bist schlecht AAH Ihr habt den unterrichtet gerade gar nicht gesehen zwischen mir AAH 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 Das ist ja noch sauber Sauber AAH Meins Ja toll 2 Wacken nur an Ich hab keine Karte D33 Last 4 Weiß nicht Scheiße So ähm Ich könnte da mal irgendwie wieder Munition gebrauchen Nicht nur du Ach du auch AAH Ich glaub mein Typ hat verlaufen zu lernen Typ Er hat verlaufen zu lernen Ja gar nicht mehr die Karte Verlaufen zu verlaufen Hey Hehehe Ich mach's mit dem Kärzen Ja ist auch nicht anders Ich hab keine Worte hier AAH Ich bin hier ein Türsteher Tino ich helfe dir AAH Obwohl willst du von der Mexikanerin gerettet werden? AAH Ich rette euch Tino? Ich rette euch Willst du von der Mexikanerin gerettet werden? AAH Du hast keine Hand Tino Was ist das für deine Hand? Was ist das für deine Hand? Was gibt Na ja komm Nein Ich bin nicht Tino 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 Ich bin in ein Loch gefahren, aber warum war ich da? Wir haben hier Schäden! getrasse heißt es nicht ehrlich das magst du ja das muss doch keiner wissen ein Ding zwischen uns ich hab noch 29 Schuss lalalalalalalalalalalalalalalala lalalalalalalalala lalalalalala Ähm ja das war sehr schlau JA TOLL Jetzt laucht Ihr wieder alle vor I korten aber auch da auch hier ist die Leiter Foxy Shit du bist doch so ein voll West ich brauche übrigens immer noch Munition ja der Neger hat die Munition bestimmt ja 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 ey ich muss nach dann eigentlich geöffnet das Land wenn die Rubschrug Huch Muni ja Hunter Hunter irgendwo ja 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 ich kann ja ja das geht ja zum Schutzraum wir sind auf dem Weg mit dem Weg Halt wartet auf mir nicht auf der Tür nicht auf der Tür nicht auf der Tür nicht auf der Tür nicht auf dem Weg nicht auf der Tür nicht auf der Tür ich habe es nicht mehr ich kann es nicht mehr ... Was? 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 Meine Güte! Au, 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 au! Was? 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 Das ist wieder zu klein als auf! Das ist wieder zu klein, weil das ist wieder zu klein fest! Au, au! Wir wollen mal von den Kruppen runter! Alter, haben die kein Zuhause hier oder was? Ich hör mich, das ist auch... Ah, hier, ich hab ein bisschen kotze! schnell die Treppen ich gebe euch drücken Deckung ja oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah ja ich weiß oh yeah oh yeah guck mal so einfallslos ein Mexikaner mittlerweile wiederholen sich immer wieder ich komme in der Schiesel da war er in diesem Level der mich von hinten genommen hat ach der der war so als nächstes kommt der Hafen ja was ja ein Ding was Hanf der Hafen hehehe hat Hanf gesagt Hanf oder Hanf gibt das Hanf frei und zwar so fort ein Jahr ein ein Ding zu sein diese Kräfte aus dem Weg von die Leitungen aber ich glaube um den Markt hat hat angeblich nämlich auch A jetzt ein Jahr hier ist aber ich habe ein Schaft ein Speicherer doch ein Schrabschützengewehr warum nicht so alt doch ein Schrabschützengewehr die Praktik von 2 und 3 vorgehen wollen die Bühne der Generäte 3 die Sektion auch und ist gelungen der Ecke Ich muss dich retten! Halt die stille! Beep, 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 beep! Ich muss mich verraten! Ich möchte keinen schwarzen müssen zumal! Wir tun das und zurückkehren! Nein! Nein! What the fuck? Haha! Was war das denn? Eine Kombizelle, was denn? Warte, ist nicht Joey gestorben? Time Paradox! Jockey, 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 Jockey! Ah, au, au, schmerz, au, au! Au, schmerz, au, au! Au, schmerz, au! Ah, danke! Bitte! Lass den Jockey kommen! Jockey, Jockey! Wie ist denn die Leiche? Ammo! Wir nehmen mich. Point this one in! Als war's dein letzte Ehre, aber jetzt muss ich noch einmal in den Arsch kumpen. Yeah! Behind you! They're coming! So, nehmen wir gleich den nächsten hier! I got this one! So, aber ich hole die hintersten! Ja, ich hole die, äh, die, ähm, ja. Ich muss mich aber einfach rechnen. Jetzt geht's um und zu, so als würde ich wissen, was ich kriege. So, Nummer 3, haben wir 11 schon! Was ist denn hier löst? Geht ja gar nicht! Oh! Heia! I got one! Immer diese Raucher hier. Take this! Take this! Take the sh**! Ah, der weiße Geschmeißer! Ich transportiere zwei auf einmal! I got this one! Heii, hei! da wird die Auer Auer hohe hallo aber hier da ist ein Schallplattenspiel da ich wusste das Ding ich hoffe er funktioniert KG über die an an auf einer KG ich hab das ich hab's getan ich hab's getan genau renne noch auf mich zu ich bin in eigener Aufgewicht ich hab's gesehen wie ich mich noch so isoliert aber der Tagsfall Ich fülle schon mal ein bisschen ein. Das ist gut, das ist gut. Ich helf dir, ich helf dir. So, Hälfte haben wir. Das ist doch gar nicht. Das läuft, das läuft. Der Neger läuft. Hier läuft. Ah, Mann, die Neger. Der Geschleck wird eingekostet, boah, wie unfair. Das ist voll der Kopf, wo jemand nicht abkriegt. Wir vernehmen den ganzen Zinsen. Den, komm. Geh den hin. Bei der Leitung hab ich zu viel an. Achso. Ich wurde angeschleckt, ich werde wieder angeschleckt. Ich beschnüffel dich. Äh, wir schützen dich. Warte, ey, was soll das? Alter, was? Ich hab das komplett hier drauf gebaut, ja. Alter, ich wurde grad angeschleckt. Ich wurde dann angekotzt. Wurde dann vom explodierten Boomer erwähnt. Wurde dann vom Jockey gerissen. Wurde dann wieder abgesteckt werden. Das ist voll der... Nein. Und die, die kennt sie, Evri. So. So. Einer fehlt nur noch. Verlassendkeit tot sein. Guck mal, den nebenüber. Er ist bei hinten. Ohho. Oh, scheiße. Nein. Ah. Nee, ich bin auch noch im Doppelkirch. Ohho. Aaaaah, ich hab noch ein paar Mühe von weg, ich tack ihn auf die Zapfe! Oh, Scheiße! Ich rette dich! Was denn? Was denn? Wow! Kannst dir irgendein helfen? Hast du B? Shit! Ey! Du musst dir den B-Tippen lösen! In welcher Ecke? Ich hab ihn! I'm on my way! Ich und Tank! We're fucked! Feuer kommt! Fick mich! Ah, hier! Oh! Wow! Wow! Der hat auf Frame einen Rumpf! Aaaaah! Jawoll! Oh, jetzt brennt da auch noch alles! Oh, irgendwer hat den Tank abgeschossen! Oh, Scheiße! Oh, was? Aaaaah! Okay, Stellung halten! Die wiederhole Stellung! Auf! Oh, okay! Okay! Ding! Wo kriegen wir jetzt noch ein Dings her? Ja, wir müssen was mit der Respond! Ah, ah, ah! Ich bin da! Ja! Ich bin da! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ah, es gespawnt! Ich stecke den Neger! Ich stecke den Neger! Oh, Gott! Au! Nein! Der hat dich wieder erwischt! Zero, rette ihn! Ich hab dich kaputt! Ja! Ja! Ich bin dabei! Uah! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Ich laufe weiter und fühle die Garnister rein! Warte! Warte! Ich mach's mir vorhin niemanden besuchen! Danke! Danke! Was? 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 Oh! 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 Hör, ichaiig! N cream! Oh, hallo! Is WHO spite! Flнак nicht mich immer drissen! Weil der punto Brutke, mach hin! Alter Putzauto! Ich hab grad vorderfroh, wie rückwärts laufe! Leicht 2 durch die Scheibe! Ich denke wir werden mehr sehen! Oh yeah Baby! Da schwebt ein Gewehr in der Luft! Lui, kein Porten! So, die Überlebenden konnten fliehen! Yeah! Applaus! Warum haben wir sie nicht mitgenommen eigentlich? Weil wir keinen Bock hatten! Weil ich ein Viersitzer ist! Mein Louis kann ich verstehen ja, aber... Anderen beiden? Warum? Wollen wir nicht! Hätte man wenigstens mal was zum Vögeln! Wieso, wenn wär ich ja da? Also die Mexikaterin! Ähm... Da brauchst du auch um 10! Yay! So... Na ja, gut! Dann hätten wir jetzt die Kampagne auch schon mal durch! Ich dachte eigentlich, dass jede Kampagne irgendwie 5 Kapitel hätte oder so! Nicht jede! Oh, gut! Ja! Geil, geil, geil! Geil, geil, geil! Moin! Gut, dann machen wir mal einen ganz kurzen Schnitt! Wir sehen uns gleich in der nächsten Kampagne wieder! Also... Bis gleich! Dann geschnitten! ...